Ich zeige Ihnen, wie Sie in Word einen Abschnitt vor Veränderung schützen. Ich möchte zum Beispiel, dass in diesem Abschnitt hier keine Änderungen gemacht werden. Dazu fehlt am Anfang das passende Werkzeug hier oben. Ich brauche also ein zusätzliches Register und zwar das Entwickler-Tool-Register. Machen Sie irgendwo hier oben einen Rechtsklick auf einen Registernamen und sagen Sie Menü anpassen. Hier sind alle Menüpunkte und Sie sehen, das Entwickler-Tool ist gar nicht sichtbar. Klick hier drauf. Okay. Das erscheint augenblicklich hier oben. Das brauchen wir. Klicken Sie jetzt auf Entwickler-Tool. Ich habe den Abschnitt bereits markiert. Klicken Sie jetzt hier auf Gruppieren. Nochmals Gruppieren. Dann auf Eigenschaften und sagen Sie, Sie wollen das Inhaltssteuerelement schützen, sodass es nicht gelöscht werden kann. Klick. Klick. Und jetzt kann hier gar nichts mehr verändert werden. Wenn ich hier das Register wechsle auf Start, sehen Sie, alle Werkzeuge sind ausgegraut. Ich kann hier nichts machen, aber im oberen Absatz sehr wohl und im unteren auch einfach hier nichts. Ich kann weder löschen, nichts. Um das rückgängig zu machen, stellen Sie den Cursor in diesen geschützten Absatz. Gehen Sie wieder zu Entwickler-Tool, wieder zu Eigenschaften, nehmen Sie den Haken raus. Okay. Auch die Gruppe hebe ich auf und jetzt können Sie wieder arbeiten wie gewohnt. Das war's.